Wir sind Ivy, wir sind ein Team aus Psychologen, Unternehmern und Entwicklern. Wir helfen den Bewerbungsprozess zu verändern. Uns geht es darum, Nutzern auf der einen Seite zu helfen, daraus zu finden, was sie wirklich gut können, was ihre Stärken sind, ein eigenes Stärkenprofil sozusagen zu entwickeln. Und auf der anderen Seite helfen wir Unternehmen aber auch zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt im Prozess bereits über valide diagnostische Daten zu verfügen, so dass sie eine diskriminierungsfreie, aber vor allem auch bessere Personalauswahl treffen können. Dreh- und Angelpunkt ist letztlich die datengetriebene Verarbeitung und Erhebung von diagnostischen Daten. Und was machen wir damit? Wir stellen die in Form von Auswertungen und Analysen sowohl Nutzern, damit sie mehr über sich selbst lernen, aber auch Unternehmen zur Verfügung. Das heißt, so ein Personaler bindet Ivy ein, kann sagen, bitte teste dich doch einfach mal, finde heraus, welche Position bei uns im Unternehmen zu dir wirklich passt und bewirb dich anhand deiner Stärken statt mit deinem Lebenslauf. Also Ansatz von Ivy ist es auch, der neue Standard zum Lebenslauf zu werden. Wir machen Game Based Assessment, das heißt normale, langweilige, analosige Testverfahren, die man sonst auf Blatt und Papier macht oder im Internet per Fragebogen und Anklicken, verpacken wir in einer spielerischen Form. Wir entwickeln unsere Tests in-house. Und was kannst du dir darunter vorstellen? Beispielsweise erfassen wir Persönlichkeit darüber, dass die Adjektive eingeblendet werden und du sehr schnell schauen musst, passt das eher mehr oder eher weniger zu mir? Und durch die Zeit, die du zur Beantwortung brauchst, können wir sehr viel schneller erheben, was ist deine eigentliche Persönlichkeit und was sagt das über dich aus?